Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Boah, da war... Ah! Was zur Hölle? Was ist jetzt passiert? Ich liege auf dem Boden. Ich hab da doch gar nichts... Oh, Backe. Alter, Verwalter. Ai, 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 ai. So langsam wird's aber hier doch ein bisschen unange... Ah! Fuck, 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 was ist das? Scheiße! Das war mehr als nur ein laues Lüftchen. Oh Mann, 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 oh Ach du Scheiße. Ne, tropft von der... Was ist das denn ekelhaftes? Ach du Scheiße. Ich traue mich jetzt sowas von nicht, diese Türe da zu öffnen. Oh Mann. Okay, ich tue es. Hab ich das wirklich gemacht, Papi? Oh ja, Junge, das hast du. Warte mal. Schlägt da was gegen die Tür? Scheiße! Scheiße, Mann. Ah... Gut, dann marschiere ich jetzt mal hier unten rein. Ich traue mich gar nicht weiter, ehrlich gesagt. Deswegen mache ich jetzt auch so viele... Ah! Tu mir nix! Boah, Alter, das Vieh, ne? Wenn das Vieh mir jetzt wieder über den Weg läuft. Liebe Freunde da draußen. Da ist auf jeden Fall so ein Tank. Ich dachte, ich hätte was gehört. Da ist auf jeden Fall so ein Tank. Und der enthält eine volle Laternenfüllung. Juhu! Muss ich aus Freude erst mal das Fass wegwerfen hier. Ach, das ist doch nicht schön hier. Da gibt es echt schönere Sachen. Ist ja die Hölle in Tüten. Ha, nein! Mich, ich bin ein tapferer Held. Mich kriegst du so schnell nicht erschreckt. So, bevor das Vieh da mit uns klettert, habe ich mir überlegt, hier, guck mal, Torso, weil heute Weihnachten ist, ist ja nicht ganz, aber ist ja ein neues Jahr und so. Deswegen hier, Torso! Lecker, lecker hier. Wir haben hier, 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 besser als das, was du letzte Woche gekriegt hast. Und... Fuck den! Nein, 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 ich sag gar nicht. Ach, du Scheiße! Totes Fleisch kann ablenkend wirken. Das ist ja mal was ganz Neues hier. Okay, während Dada knackt, geht's durch. Durch! Renn, 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 renn. Wuhu! Wuhu! Das Spiel macht mich fertig! Und ich glaube, bei euch sieht's ähnlich aus. Schnell weiter! Raus aus dem Laden, ey! Wuhu! Wer hat's was? Nein, diese Fässer! Diese Fässer wackeln auch noch. Mach weiter auf, mach weiter auf! Renn, 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 renn. Komm schon, komm, 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 komm! Was ist das alles? Oh, das ist mein Fingrad. Oh, das ist mein Fingrad. Ich hänge fest! Ah! Da ist das Ziel! Fuck you, schnell! Komm, 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 komm! Boah! Mach das nie wieder! Das macht das Ding kaputt! Das macht alles kaputt! Nein! Blockiere den Weg und lauf! Und wir müssen jetzt wirklich hier draußen wieder raus, wo wir in der letzten Folge ja hergeeilt sind. Rennen wir da rein! Ne, 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 da will doch keiner, da will doch keiner raus, da will doch keiner raus! Ich glaube, da hinten war was. Oh, 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 oh. Alexander, bist du es? Alexander! Oder ist es der Wackeldackel? 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 Ja, ja, ich kann, kann nicht hören. Oh, hier halten wir nicht. Aber wo halten wir dann? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Sieht nicht gerade sehr. Boah. Scheiße. Oh, Mann. Alter. Nein, 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 nein. Okay, jetzt sehen wir euch mal kurz das Licht an. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Nur Fackeln und dieses komische organische Gewebe, was wahrscheinlich von der Kreatur da vorne stammt. Sowas wie Territorium markieren, wie bei Hunden wahrscheinlich. Oder es macht irgendwie Kacka. Einfach nur. Streut den Mist überall. Scheiße. Schnell zurück, schnell zurück. Schnell zurück. Komm, renn, 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 renn. Alter. Nein. Nein. Runter, runter, runter. Boah. Da war irgendwas. Ich habe es nicht gesehen, aber irgendwas war da auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Scheiße, meine Fresse, ey. Überall Fackeln anmachen, wo Fackeln anzumachen. Sind. Nein. Renn. Renn. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, der ist hinter mir, oder? Hier, die Ecke war doch ganz cool. Ach du Scheiße. Boah. Nein, nein. Nein. Da ist doch irgendwas rechts, oder? Hallo? Ist da jemand? Okay, dann hier. Ah! Wow. Wow, fuck you. Du Scheißfiel. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt komm bitte nicht hier rein. Alter. Alter. Alter, weiter, Knarre. Was ist denn jetzt? Das hier ist die Kanalisation. Hallo? 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 Ich bin's. Können über alles reden. Ich bin eigentlich voll der nette Kerl. Ich will eigentlich gar nichts tun. Ich will nur Alexander von Brennenburg ins Jenseits befördern. Da ist er. Nein. 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 Ich probiere jetzt den Trick 17 hier einfach. Fang mich Dr. Eierlauch-Motto. Und dann jetzt einfach hier weiter. Und ich hoffe, da ist kein weiterer Mutant. Komm, hier muss eine Tür sein. Hier muss irgendwas sein. Schnell hier rein. Nein! Krieg die Tür nicht auf. Ach, fuck! Alter! Lauf! Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Es ist nah. Die Bestie ist hier. Gott. Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bleibe hier, ich bleibe hier. Okay, weiter. Scheiße, der ist irgendwie aus Metall oder so, der Typ. Komm, hau ab, du Arsch. Ob der weg ist? Sollen wir jetzt da echt runter? Ach ja. Tschüss! War schön mit euch. Wenn ich einen Herzinfarkt kriegen sollte, dann wird dieses Video wahrscheinlich nicht mehr online gehen, denn ich muss es ja posten. Es hat mir echt gereicht. Boah. Boah, ja, das ist jetzt mal kurz. Einmal eine Sekunde zum Durchatmen. Ich bin ein Held. Ich bin ein Held. Also, wehe ihr, ich, ihr, äh, sagt nicht, ich bin der Sarazawa kein Held. Wie der da durchgegangen ist, es war einfach heldenhaft, Herosh. Ach, wie schön. Mensch. Ach, wie schön. Ich bin ein Held. 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 Ich bin ein Held.